So, jetzt kann ich. Okay, also man muss da schon irgendwie warten, oder? Tricky, tricky. So ein Rätsel, bei dem man sich in Geduld üben soll. Jetzt haben wir nicht mal die Schweinsnase gekriegt, fällt mir gerade auf. Oh Mann, dabei haben wir sie gehört. Oh nee, das... Oh Mann. Ja, sowas regt halt... Oh nee, sowas ist doch scheiße, weißt du? Da haben wir die Schweinsnase gehört, haben sie fast gesucht. Und dann haben wir sie halt aber nicht gekriegt. Da war bestimmt noch so eine Erinnerung, so ein geiler Obstkasten. Boah, sowas kotzt mich megamäßig an. Er hätte gar nicht wieder auf Pause drücken und sagen, Nico, jetzt zockst du lieber nicht weiter, bevor wieder solche Scheiße passiert. Das Wunderland zu retten, bedeutet dich selbst zu retten. So, da um die Ecke. War wohl doch falsch. Hm. Alter, so soll es schaffbar sein. Ne, da kommen wir eben... Da sollen wir noch gar nicht hin. Hier kommt es voll. Komm schon, komm schon. Da sollen wir noch gar nicht hin. Wir haben auf der anderen Seite mich was vergessen. Stimmt. Das ist ja viel zu heavy. Viel zu hardcore, das jetzt noch so machen zu müssen. Hier, wenn wir erstmal da lagen. Ist das da lagen? Ja, gell. Dann hier so. Ab. Ab. So, war hier nicht noch was? Also, es ist doch schaffbar. Ich finde das aber krank. Small Schere. Nein. Ne, ab hier drauf kommt man nicht. Das auch nicht. Hier sieht man auch nichts. Warum ist da da denn ein Zahn? Ah. Wie blöd. Ja, weißt du. Mega, mega mäßig offensichtlich. Also, wirklich mega offensichtlich. Und wir sehen es nicht. Zack drauf. Ja, also doch nicht schaffbar, ne? Okay, sieht es voll gut aus, was wir gemacht haben. Jetzt mit mir 100%. Na ja, klar. Deswegen sind die Scheren auch da. Weißt du, wenn wir jetzt so lange brauchen, dann zieht es uns da rein. Und dann gehen wir hier hin. Ja, easy. Komm schon, ey. Kein Challenge. Ham. So easy. Ich glaube, wenn man tatsächlich nicht früh abgesprungen wäre, hätte es einen auch zerfickt. Ich fange schon an, ernsthaft die Gegner zu machen. Uiuiui. Die fallen alle von der Decke. Scheißegal. Viel zu mighty für die. Ich laufe da halber durch. So, was ist das jetzt? What the fuck? Alter. Halts irgendwie nicht schwer. Wie gesagt, ich muss lesen. Sorry dann. Sorry, ich muss, wie gesagt, lesen. Ich habe mega nichts Lust hören gehört. Da bin ich mir voll sicher. Oh, so ein Püppchen. Soll ich Fliegeviecher? Und den hier. Würden es nicht lang aufhalten, denn wir sind voll die Farben. Jetzt Puppe, ey. Luftangriff. Aua. Alter, hat die mir gegeben. Harte Angriff. Wann haben wir dich so weg? So, weg mit dir. Scheint mir speziell zu sein. Alter. Hat die mir gleich zweimal gegeben, ne? So, dann lass mal der weg. Kotzfächer. Alter Scheiße, da habe ich megamäßig schlecht Reflexe gezeigt. Wie es halt, wie es halt muss, ne? So, du. Scheiße, zu spät. Viel zu spät, viel zu spät, viel zu spät. Komm, zeig deine scheiß Fässer. Komm. Blut. Ganz viel Blut. So, jetzt kriegst du erst aus dem Maul. Komm her. Gib dir. Aua. Alter. Scheiße. Ich hab irgendwie stärker zu sein, die Puppe. Dezent. Ja, mit ihrem Feuer klingeln, da. Komm. Geh weg, Alice. Geh weg, geh weg, geh weg. Uiuiui. Wir ficken das wie ich natürlich zwar, aber nicht easy. Doppelsäbel-Technik. Ja, komm. Okay, war doch nicht so mega schwer. Na, was jetzt? Jetzt müssen wir... Da ist ein Schalter. Schalter. Hebel betätigen. Ja, dann... Ja, steig mal ein. Kein Problem. Ich kenn so'n Bild, ne? Da ist Alice, wie sie irgendwas trinkt. Also, der perfekte Spruch dazu ist einfach... Bitch. It's gonna get raped. Irgendwann mal. Wenn die alles in sich reinstopft, ne? Vernichte, was dich zu zerstören droht. Puppen. Böse Puppen. Da drauf. So, wir haben jetzt übersprungen. Wir bosshaft sind. So, wir haben jetzt... DUM 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 Ihr kennt doch alles nach den Glied. Das ist nämlich das, was ich gerade eben gesummt habe. Oder wie es hier angehört hat im Mikro, ne? Das, was ihr gerade mithören musstet. Geht so megamäßig auf die Nerven. Aber ich finde es trotzdem lustig, also... Ach, ne? Nach den Glied halt. So. Ich denke mal, wir machen erstmal das hier. Oh, oh, oh. Das ist aber ziemlich schlecht versteckt gewesen. Also echt versteckt. Äh, echt unversteckt. Das muss ich machen. Okay. Oh, äh. Ja. Aua. Yeah, es hängt. Ich muss ja schon sagen, das ist ja eigentlich nicht so schwer. Aber der Schafrichter, der geht mir auf den Sack. Ja, da würde ich schon sagen, das ist ein Challenge. Den können wir ja eh nicht töten, ne? Ja. 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 Ja, die Kunst ist einfach die ganze Zeit zu springen. Vollkommen schwer. Ja. 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 Oh, komm. Wir testen mal was. Wir testen mal was richtig crazy ist. Ja. 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 Schade, ich wollte eigentlich, dass der Schafrichter voll die auf die Westen reinhaut. Komm Alice, nicht rödel. Du hast schon den Zug verpasst. Ja. Ja. Wie der es mir jedes Mal einfach nochmal sagen muss, ne? Da hat er echt Spaß dran. Sack, ey. Was für ein Sack. Gut. Äh. Ja. Easy peasy eigentlich. Also ich weiß nicht, was daran schwer war. So, wenn ich den jetzt alle hätte killen müssen und dann noch so irgendwas essen müssen, das hätte ich viel krasser gewesen. Wäre... Wäre viel krasser gewesen. Aber naja. Man kriegt ja nicht immer, was man möchte. Deswegen hat sich eben geleckt und ich bin runtergefallen. Ja. Genauso sieht das aus, wenn man einen platziert. Genauso sollte das aussehen. Oh, 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 oh. Ihr habt's gesehen, oder? Wir haben einen spaßig neuen Kuppel gekriegt. Der sich auch nicht davor scheut, irgendwie so einen Hardcore-Savage reinzufallern. Ich weiß es nämlich nicht, ne? Ich weiß es nämlich nicht, ne? Wäre nämlich nicht nett. Ich würde dich nämlich auch schon richtig aussehen. Wenn er nicht richtig aufzielen kann. Ich weiß es nicht, ne? Ich weiß es nicht. Ich kann auch nicht, ne? Ich weiß es nicht, ne? Ich weiß es nicht, ne? das war praktisch weil wir so ausweichen können da die Attacke von ihm nichts bringt aber der geht trotzdem megamäßig um Scheiße Nein! Dammt! Zieht wieder so megaviel ey Mann! Die Larven ey die kotzen so megamäßig an bringen die halt einfach gar nichts also einfach nur das sagt was er geht so BAM kaputt das geht so